Untertitelung. BR 2018 Das ist eine nationale Aufgabe für die Deutschen. Es ist die erste große Unwetterkatastrophe, die wir im Verein in Deutschland haben. Und deswegen muss auch das Verein in Deutschland jetzt für die Leute hier da sein. Das ist die erste große Unwetterkatastrophe. Die Situation, ja, die ist nicht besonders gut. Jeder hofft, dass die Arbeit, die wir hier machen, nicht umsonst ist. Es ist eigentlich viel ein Kampf ums Überleben. Das Dorf soll gerettet werden. Jeder will sein Häuschen retten. Es steckt eine Menge Arbeit drin. Dann steigen die wieder raus sofort hier. Dann lassen Sie ruhig machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020